Es ist total schwierig, wenn alle vier Leute eine Shotgun gegen dich haben. Was willst du machen, wenn du nur eine Shotgun hast? Was willst du machen? Untertitelung. BR 2018 Ich kann ja wieso mit mir gar nichts passieren wegen. Es gibt keine Snipes. Das heißt ich kann so viel rumtanzen. Eigentlich kann so 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 viel rumtanzen. Ja ich hab zwei Busches. Zwei Mal Busch. Okay hier sind sehr viele. Da sind wieder Scores. Ich muss mich da einmischen. Damit ich Kills holen kann. Das ist okay da sie machen. Ich muss mich da einmischen. Das ist okay da sie machen. Ich kann sie machen. Ich muss mich da einmischen. OMG Squat Killing! Squat Killing! Let's go! Ein ganzer Squat ist gerade weg. Ein ganzer Squat habe ich die Ehre genommen. Ein ganzer Squat habe ich die Ehre genommen. Und zwar richtig die Ehre genommen. Oh, Tigger war das geil! Oh, das ist geil! Diese Ehe... Mal sehen, ob ich noch mehr Leute mit diesem ganz... mit diesem winzigen Leben noch welche die Ehre nehme. Mit diesem winzigen Leben! Minis, Bigis, irgendwas... Aber was wichtig ist, jetzt wenigstens Spontagen und Minis zu kriegen. Oder Bigis. Am besten gleich ein Jiggy. Game, okay? Jiggy, Minis... Jiggy, Minis... Bigi oder Bandagen. Oder Slurp. So, die fünf Sachen... Oh, mein Gott! Das ist ja nicht... Ich muss nicht... One-by-one! An Dosis-Syntactics... Was ist denn der Tor? Minis! Scheiß um! Scheiß um! Also... Ich bin der Tor... Untertitel ein... Äh, das ist ja schon mal passiert. Ey, Bandagen, Bandagen, Witze, Witze, Witze! Ich hoffe einfach, Bandagen, Bandagen, Bandagen! Bandagen! Wigi! Bandagen oder Wigi, perfekt. Slurp. Slurp ist auch gut. Das geht auch. Sehr gut. Wie geht das? Da sind zwei Leute. Ich wollte mir gerade ganz kurz leben. Oho! 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 Das ist schon muss noch einmal. Oho! Ja, was das? Oho! Ich hab die Säule überholt. Das ist sehr gut für Holz. Holz und Minis. Minis ist auch ein bisschen Minisportmann. Ich habe den ganzen Spotschel. Und eigentlich noch nur, aber da habe ich nicht schwum geschoben. Abbauen noch mal. Na, weitergehen. Nix zu mir. Nix zu mir. Hab nicht so viel Leben mehr. Direkt der nächste Sturm. Ist ja aber keine Worte so. Ist ja hier gleich. Um die Ecke. Wenn ich viel zu sehr kann ich ganz ruhig die Essen. Ein bisschen. Ah da. Das ist noch einer. Hautnahen. Schaffen wir das Hautnahen. Solo ist es Gott zu gewinnen. Schaffen wir das? Ich habe keine Ahnung ob ich das schaffe. Keine Ahnung ob ich das schaffe. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber Solo ist es Gott ist echt schwer zu spielen. Aber ich probiere. Vielleicht schaffe ich es. Vielleicht. Hautnahen. Solo ist es Gott zu gewinnen. Es gibt es den hat ja gerade nur das für Solo ist es Gott. Schaffen wir das zu gewinnen. Das sind Solo ist es Gott. Also ich muss gegen Swords gehen. Okay. Töne doch. Da geht ja mega die Potsen ab. Was sind das hier Bullies? Ey genießt euch das. Da brauche ich doch nen Popcorn Näger. Genießt euch das. What the heck. Das sind alle Spieler. Das sind alle Spieler. Okay. Da ist der Einzige. Und ich. Die nicht zu Tilded gegangen sind. Oh mein Gott. Da sind drei Leute. Hab ich bestimmt gesehen. Ist ja auch gar nicht schlimm. Sollte ja auch nur sie anlocken. Die hätte mich aber so gesehen. Das ist die also. Pump. 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 Pump falls ich sie für einen kurzen Moment auch. Auf. Der ist ja auch gar nicht. Auf. Das ist ja. Das ist ja auch gar nicht. Auf. Die. Das ist ja. Ich muss hier irgendwie so locken, dass ich den angreife, vor mich ein. Dass er dann dieser Squad den anderen Squad umbringt und wenn, wenn die, oh mein Gott, das ist ein Dreier-Squad. Shit. Da vorne ist ein Dreier-Squad. Und da ist noch ein. Da ist der Squad! Er ist bei mir! Er ist bei mir! Der Scheiß-Squad ist da. Okay, das ist nur der eine. Da geht er gar nicht weit richtig um. Da ist das Squad. Ich kämpfe gegen den Netzen. Und dass mich immer töten kann. Ich habe den einen. Da geht's. Da geht's. Das ist ein Sklob!